Einen wunderschönen guten Tag hier. Herzlich willkommen zurück. One Home Left. Eine Aufnahmesession. Wir suchen noch mal auf die schnelle eine Höhle. Aber ich glaube fast, wir haben so viel Glück, wie sonst auch immer. Kohle haben wir gefunden, aber auch den großen Nebel haben wir gefunden. Die große Nebelbank. Oh, was ist denn da? Sag bloß. Da ist doch eine Stadt. Kann doch nicht sein, oder? Aber so eine Gammelstadt. Das ist ja das Schlimme dabei. Das ist so eine Gammelstadt. Wahrscheinlich voll mit Hunden. Und spuckern. Warte mal. Erstmal, erstmal, erstmal. Ja, ich höre so schon die Biene. Warte mal, ich gehe erstmal ein Stück beiseite. Ich muss erstmal ein Stückchen beiseite. Da sind auch schon die ersten Postboten. Da ist der Kohlemann. Der singt immer den Kohlesong. Eiei, 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 Frieda. Du machst mir Kummer. Wir waren so gute Freunde. Komm, lass es. Eine Schematik. Schöne Schuhe kann ich lesen. Das ist gut. Das ist doch gut. Leere Gläser brauche ich die? Ne, nicht wirklich. Auch die blöde Dose. Dose. In einem blauen. Der kommt weg. Mein Tanktop war lila, ne? Ja. Das ist lila. Das geht ja gar nicht, ne? Das wird gescrappt. Aber gleich Bandagen wieder. Das brauche ich jetzt auch nicht so wirklich. Und das brauche ich auch nicht. Und das Ei kannst du auch behalten. Weißt du was? Den schenke ich dir auch. Oder warte mal. Warte mal, warte mal. Das war doch der kurze, ne? Das war doch der kurze. Und den... War doch jetzt... Ne, der war... Oh, ne. War er nicht. Alles gut. Hat gepasst. Jetzt brauche ich noch mal die Bandagen schnell. Zwei Stück hätte ich da schon mal. Und am besten lege ich mir die gleich hier runter. So. Immer noch keine... Von denen... Ja. Wir verbraten erst mal die normalen kleinen. Oh, yeah. Gunpowder ist gut. Gunpowder kann ich gebrauchen. Ich mache das mal, damit es schneller geht. Erst mal komplett. Und dann selektiere ich raus. Ja. Das ist halt einfach ein fortgeschrittener Tag auch schon. Und das ist das Dumme dabei. Und wir haben schon den Tag 20 erreicht. Und dann können wir eigentlich gar keine großen Spirenzien mehr machen. Schönes grünes Hemel. Oh. Aber verschwendet den Pfeil. Und den auch. Gut. Safe. Gut. Ein bisschen Lut. Das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt wollte. Die Zombies alle killen. Da rockt noch... Oh, diese Biene, ey. Da ist eine. Da ist eine. So. Oh, guck mal hier. Schön. Ich habe gar nicht gesehen, das Ding. Kannst du auch behalten. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Misten mitnehmen soll. Ich glaube nicht. Das brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich brauche das eigentlich nicht wirklich. Genau. Ich lasse es auch hier. Ich bräuchte mir eine gute Bücherei. Eine gut sortierte Bücherei. Und eine Höhle. Findet man da bei einer Stadt auch eine Höhle? Da ist ein Jungbrunnen. Okay. Autos könnte ich doch looten. Hab doch ein bisschen Level. Das ist ja doch gut. Bitte keine Hunde. Stückchen Bohrer. Gut. Nehme ich mal mit. Überleg, ob da hinten. Die Stadt sieht so leer aus. Könnt ihr vielleicht übernachten? Naja, fast leer. Und ich würde noch eine schöne Bücherei suchen. Das muss ich mir mal merken, hier die Stadt. Ob hier noch einer wohnt? Homies. Homies. Juhu. Hallo, Homies. Wo seid ihr? Guck mal da. Guck mal da. Und das? Ein Informationscenter. Hallo. Ich habe eine Frage. Kann ich die hier loswerden? Natürlich. Komm rein. Das eine ging so schnell. Und das andere. Lalalala. Lass die nur Zeit. So. Machen wir mal eine Decke hier drauf. Ja, dann gucken wir uns doch hier nochmal um. Wahrscheinlich werden wir viele Sachen nicht finden. Wie zum Beispiel eine Höhle. Hier drin wird es wahrscheinlich keine Höhle geben. Aber ein rotes Shirt nochmal. Das ist doch... Au, ein Auge. Ah, die haben wir schon. Gut, dann nehmen wir mal die Bücher. Jetzt nehme ich den ganzen Scheiß wieder mit. Das ist doch auch Kacke. Das ist doch Kacke, Mist. Äh, Arrowheads ist... Naja, gut, die gehen ja noch. Die gehen ja noch. Achso. Schnelles Schnickschnack. Gut, und rein. Hallo, mach auf. Die Hütten. Hm. Ein Bierchen. Hm, Fleisch. Nö. Ich hätte gerne ein Bierchen. Oder Patronen. Leergut nicht. Nein, brauch ich nicht. Das ist fast ein bisschen... ...blöd hier rumzulaufen und diese... ...albernen Schränke zu durchsuchen. Oh. Das nehme ich mal mit. Warte mal. Da gucke ich nochmal drauf. Was haben wir denn? Der ist... 5,87, 19er Schutz. 18er Schutz. Also... Und weg. Das ist das Shirt. Und weg. Ja, das ist halt eine rote Mütze. Aber was will ich denn mit einer roten Mütze? Das will ich eigentlich mit dem ganzen Papier. Also, dann machen wir das so. Ach, das ist so... Das ist so blöd, dass es sich nicht dahin setzt, wo es hin soll. So, weg. Genau. Und auch hier Papier weg. Das Ding auch weg. Das will ich eigentlich mal behalten. Das will ich eigentlich mal behalten. Ja, ja. Wir können nicht mehr verrückt halten, aber... Gib mir dein Loot. Gib mir dein Loot. Ob das Sinn hat, um die Bodys zu holen? Gucken wir mal oben nach. Oben ist doch immer der beste Stuff hier gewesen. Ich glaube, das wäre so eine Hütte, wo man vielleicht übernachten könnte. Oh, nicht durchschießen, bitte. Was? So ein Fresh Ossail, geil. Munition, Munition. Gib sie mir. Sehr schön. Ich hoffe, da ist was drin. Wenn da nichts drin ist, dann kotze ich. In die Kiste. Und mach wieder zu. Für den Echsen. Das ist ja auch Quatsch. Ja, genau. Ja, genau. Lass mal einen schönen Furz. Hast du noch was dabei? Bisschen Stuff. Candy Stuff. Ja, das ist jetzt natürlich... Das ist scheiße jetzt. Ob man jetzt auch einen Bonus bekommt, mal zwei, wenn man sich hinsetzt. Scheiße. Ich schreibe ich die Biene an. Die bohrt sich gleich mit ihrem kleinen Stachel durchs Dach oben durch. Will hier rein. Und? Und? Äh, ich glaube, das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Nichts Wichtiges. Nein. Oh, ein Gunpowder, den nehmen wir mit. Nein, nicht kaputt schlagen. Mitnehmen, bitte. Und hier noch einen schönen Schinken. Auf Toast. Genau, dich wollte ich haben. Da habe ich ja Lust drauf. Ja, den Scrap brauche ich jetzt nicht so dringend. Ich brauche eigentlich was anderes dringender. Meinen Scrap brauche ich auch immer wieder, aber... Eine Höhle wäre mir wichtig. Oh, blaue Markkanteile. Ich glaube, die sind gut. So. Und, was haben wir hier? Wahrscheinlich nichts Gescheites. Da unten läuft ein Kohlekopf rum. Ach, Mann, ey. Warum kennt man dann alles schon? Jo, da war jetzt nicht so ein schöner Stuff drin. Ich gucke hier nochmal rein. Vielleicht haben wir noch eine Pille im Schrank. Oder ein Vitaminchen. Ah, ein Vitaminchen. Und eine Pille. Geil. Hallo, Pille. Nimm, nimm die Pille. Nimm die blaue Pille, mein Freund. Ja, genau. Komm mal, morgen wieder. Ja, ist ein gutes Angebot von dir. Aber ich habe dafür leider keine Zeit. Okay. Das darf ja auch schon mal fast besser. Bloodpack. Gut, nehmen wir mit. Schön, eine Fehlermeldung. Dankeschön. Hatten wir ja nicht mehr seit vorgestern. Und mein Loot ist viel zu viel. Hier war doch auch noch so ein Hinterzimmer-Ding. Oh, schöne Shades. Aber nein, heute nicht. Oder? Doch, könnte man eigentlich mitnehmen. Guck mal da. Direkt unter dem Helm Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille unterm Helm. Ja. Das macht auch richtig Sinn heute. Grüne Dämmen. Das waren gelbe. Scheiß drauf. Ja, hier ist halt ein Safe-Hinter. Wie berechenbar. Den knacken wir noch. Machen wir nochmal Knack-Club draus. Ich habe noch einen Bier-Bach. Das ist gut. Jo, Junge. Ich mache ihn. Komplette Shotgun. Eine bessere, wie ich gemacht habe. Nein. Oh. Doppel-Lol. Shit. Ist aber auch alles nur blau, ne? Ich nehme die Flashlight raus. Ne, das geht ja gar nicht. Ich bin so voll wieder. Das ist alles Humbug und Kacke Mist. Ich nehme es jetzt erstmal mit. Und dann überlege ich mal, was ich damit noch mache. Was ich nicht kann, ist jetzt irgendwas aufnehmen. Ich mache mir den mal klein. Das ist schon ganz gut dann. So, ist das jetzt ein Hund, den ich da höre? Oder? Oder läuft die hier? Mann, macht das Ding kaputt. So unentspannt mit der Frieda heute. Die war schon mal besser gelaunt. Eine Vetter, eine Vetter. Haben wir hier noch ein Hühnchen drin? Gleich ein kleines. Jo, aber keine Höhle. Der Busstop. Gut. Die Stadt werde ich mir auf jeden Fall kartentechnisch gut merken können. Ich will aber... Ich will aber eigentlich jetzt nicht diese Stadt looten. Ich will eigentlich eine Höhle finden. Das wäre mir schon was Liebes. Oh, oh, oh. Erzähl ich sowas. Wo bist du dann? Oh, schön. Ach, toll. Alle da. Oh, der Ome, der ist gleich gut. Mann, du blöder Crospo. So. Komm, Jus, 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 Jus. Oh, meine Güte. Puba-Bär. Komm, ich trinke auch noch ein Bloodpack, wenn es sein muss. Oh, Mann. Ey, 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 ey. Eie, ey. Und ich habe schon gedacht, warum kommt eigentlich kein Hund heute? Ja, ja. Ist gut, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Die ist auch schon ein bisschen benutzt hier. Dann nehme ich mal die hier. Oh, ja, ist gut. Geh runter, geh down. Genau. Jetzt nur nicht nochmal vom Hund überraschen lassen. So. Map auf und hier runter. Genau. So, ein doch lustiges Ende da haben, diese Runde, diese Folge. Das ist ein geiles Haus. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein Kohlenkopf. Und ein Dickerchen und ein Moppelchen. So, wir haben jetzt 12 Uhr durch. Ich wollte doch in Richtung Süden, wenn ich da oben lang. Genau. Ich werde jetzt mal nochmal ein bisschen gucken, mich umschauen hier, ob es noch ein Städtchen gibt. Ein Städtchen? Nein, ein. Ich laufe, ey, 20 Tage durch die Gegend und dann kommt hier die Stadt. Ey, das könnte nicht. Nein, also, nein. Nein, 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 nein. Oh. Hallo? meine stimme war so mir war so auf einmal so schlechte mund geworden so ich brauche jetzt wahrscheinlich laufe noch zwei meter noch eine stadt und dann kommt noch eine höhle und wahrscheinlich ist alles hier alles hier im süden und nicht im norden wahrscheinlich deswegen machen wir jetzt erstmal schlutz mit der folge und ihr drückt mir mal die die daumen dass ich dass ich noch eine schöne hülle finde ich mal ein neues ziel fernrohr nach was will ich mit dem leeren glas nix will ich damit nix nix wie weg also macht's gut die leute auf höhlentour möchte ich gehen mit euch bis dahin macht's gut